Dank der Kälte haben wir Gletscher, dank der Gletscher gibt es Fjorde, dank der Natur besitzen wir perfekte Bedingungen. Dank der Menschen haben wir Ideen. Dank der Wissenschaft wird daraus Aquakultur. Dank der Aquakultur wächst der Lachs. Dank der Logistik können wir 14 Millionen Mahlzeiten mit norwegischem Lachs zubereiten. Jeden Tag, überall auf der Welt. Lachs aus Norwegen. Auf die Herkunft kommt es an. Untertitelung des ZDF, 2020